Hallo und herzlich willkommen auf diesem Kanal und damit auch willkommen bei einem neuen Chart-Video. Wir gucken uns heute mal vier Aktien an, einmal CD Projekt, dann auch Facebook, AMD und auch Nvidia. Die sind eigentlich alle sehr interessant, gerade wie sie sich entwickelt haben. Die drei Aktien hier unten, die Tech-Aktien, sind gestern natürlich ordentlich unter Druck gekommen. CD Projekt ist gestern und vorgestern, wie ihr am Chart schon sehen könnt, auch ziemlich unter die Räder gekommen. Ich würde sagen, wir fangen mal an mit CD Projekt. Die haben ja ihre Verkaufszahlen vorgestellt und das war mehr als enttäuschend. Da haben auch Analysten drauf reagiert, zum Beispiel die Credit Suisse hat das Kursziel gesenkt und auch zum Verkauf empfohlen, genauso wie leider aktuell sehr, sehr viele andere Unternehmen. Die Credit Suisse selber hat das Ziel von 118 Slotty auf knapp 100 Slotty runtergeschraubt, die Umsatzerwartung um 37% nach unten und auch tatsächlich die Gewinnerwartung um 50% nach unten angepasst. Das heißt also wirklich richtiger Schlag ins Gesicht, was das angeht. Auch zum Beispiel Morgan Stanley hat sich dazu geäußert. Die haben ihr Ziel von 155 auf 115 Slotty gesenkt und haben gesagt, dass man aktuell eine anhaltende Krise in dem Unternehmen hat. Problematisch ist es halt gerade, dass man keine neuen Inhalte für Cyberpunk rausbringt. Die Verkaufszahlen waren auch nicht gerade toll. Außerdem hat man wohl noch immer relativ viele Bugs und das kann The Witcher 3 halt einfach schlichtweg nicht ausgleichen. Außerdem belastet natürlich auch das Einstellen des Geschäfts in Russland und wie gesagt, durch diese Bugs wird einfach nicht so viel verkauft. Das belastet alles extrem, deswegen sei dieser Kurs einfach gerade nicht höher zu rechtfertigen. Wenn wir uns jetzt den Kurs mal angucken, dann können wir ganz gut erkennen, dass wir wirklich auf einem richtig harten Tief sind. Seit November 2018 hatten wir hier mal so einen kleinen Dip nach unten und das sieht wirklich sehr schmerzhaft aus. Was wir aber heute sehen können, ist so ein kleiner Rebound, zumindest aktuell muss man sagen, wir haben uns jetzt gerade relativ gut entwickelt, um das mal so zu sagen, zumindest jetzt kurzfristig. Nächstes Ziel wäre auf jeden Fall erstmal in Richtung 137, eventuell sogar später in Richtung 148 Slotty. Man könnte das Ganze natürlich zum Beispiel mal machen, ihr habt das gerade eben schon gesehen, wir haben hier in diese Richtung auch das Tief hier gehabt. Das heißt, also wenn wir jetzt hier einmal rauf gucken, während des Tages sind wir hier einmal abgerutscht, aber letztendlich in diesem Bereich hat die Unterstützung gehalten in Richtung maximal 125 Slotty. Und das könnte man natürlich auch nutzen, eventuell jetzt mal eine Longposition aufbauen, 124 Slotty, 50 dann den Stop Loss und die Longposition in Richtung knapp 150 Slotty. Das ist jetzt nichts, was wahrscheinlich von heute auf morgen kommt, aber zumindest ein bisschen längerfristig traden, das wäre doch hier in diesem Fall, finde ich zumindest interessant. Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn auch diese 125 nicht hält, also dieser Unterstützungsbereich, sagen wir mal zwischen 125 und 130 Slotty, zum Beispiel 124, 50 Tage Schlusskurs, dann kann es auch leider nochmal in Richtung 100 Slotty gehen, das wäre auch psychologisch natürlich eine relativ wichtige Marke und wenn wir hier dann tatsächlich nach unten ausbrechen, könnte man mal die Shortposition aufbauen, Richtung halt 100 Slotty und dann den Stop Loss in Richtung 132 Slotty setzen. Das Ganze könntet ihr natürlich damit umsetzen, dass ihr zum Beispiel jetzt hier in diesem Fall die Aktie kaufen würde, in dem Fall zum Beispiel funktionieren. Könnt ihr übrigens auch bei Nage, da haben wir ja schon öfters mal drüber gesprochen, das verlinken wir euch einfach mal, da kann man sehr, sehr einfach als Anfänger traden, da kommen ja auch noch Anfänger-Videos drauf, beziehungsweise Trading-Videos haben wir ein paar gemacht, könnt ihr gerne mal reinschauen, wenn euch das interessiert, wenn ihr euch darüber über unseren Link anmeldet, dann unterstützt ihr uns übrigens auch, also guckt gerne mal rein. Das jetzt also mal ganz kurz zu CD Projekt in nächster Zeit, aktuell, man muss es einfach sagen, sieht es eher sehr, sehr belastend aus, wenn wir uns gerade auch die Hochs angucken, das könnt ihr schon sehen, wir kamen von 470 Slotty jetzt in Richtung 130 Slotty. Rein vom Chart her sieht es jetzt auch gerade eher schlecht aus, was das angeht und jetzt wirklich interessant, könnte auch noch in nächster Zeit tatsächlich die Quartalszahlen sein oder könnten die Quartalszahlen sein, das können wir hier unten schon sehen, nächstes Mal am 26. Mai, dort sehen wir schon, was fürs Q1 geschätzt wird. Wenn das jetzt auch nochmal unter den Erwartungen ist, dann kann es auch durchaus noch weiter abrutschen, das heißt also, das könnte der nächste Impuls sein, wirklich größerer Impuls für Bewegung, entweder nach oben oder nach unten. Das also zu CD Projekt, kommen wir mal zu Facebook. So und hier können wir sehen, es geht auch bei Meta aktuell extrem bergab, aber genauso wie bei AMD und Nvidia, da muss man natürlich sagen, Netflix war so ein kleiner Vorreiter auch und die Zahlen haben ja wirklich stark enttäuscht, knapp minus 35% gab es erstmal nach den Zahlen von Netflix auf den Deckel. Das Abo-Wachstum ist ja zurückgegangen und jetzt hat man halt auch generell so eine kleine Sorge, ich glaube über die Zinssorgen und so weiter, die nicht mehr wachsende Wirtschaft oder vielleicht nicht ganz so stark wachsende Wirtschaft, da brauchen wir jetzt nicht nochmal drüber sprechen, da haben wir schon öfters drüber gesprochen, die haben eh schon unter Druck gesetzt, aber jetzt zum Beispiel die Netflix-Zahlen nochmal ordentlich dazu, weil es halt einfach absolut unter den Erwartungen war und das könnte jetzt natürlich auch andere Tech-Werte betreffen. Bei Facebook können wir jetzt sehen, wir sind hier natürlich relativ kurz einmal vor den Quartalszahlen, das könnt ihr jetzt hier sehen, beziehungsweise hier oben auch einmal 27. April gibt es die Zahlen, da werden wir dann einmal sehen, wo geht es hin. Wenn die vielleicht stark sind, könnten wir doch relativ schnell wieder eine Erholung haben, wenn die schwach sind, kann es auch erstmal bergab gehen. Was wir jetzt hier am Chart sehen können, wir sind hier an einer Unterstützung bei knapp 185 US-Dollar und da sind wir in Anführungszeichen dran gescheitert, beziehungsweise wer natürlich bullisch ist, dran, ja ich sag mal nicht gescheitert, sondern haben dort wieder eine bullische Bewegung bekommen, beziehungsweise eine kleine Gegenbewegung, das könnt ihr sehen, wir waren während des Tages auch mal unten in Richtung dieser 185, 50, sind aber wieder abgeprallt und man könnte jetzt natürlich eine Long-Position gehen auf etwas längerfristige Zeit in Richtung 220 US-Dollar mit dem Stop-Loss vielleicht in Richtung 182, 183 US-Dollar. Das also für eine Long-Position wäre doch sehr interessant. Für eine Short-Position müsste man sich dann mal überlegen, ob man dann direkt hier bei dem Ausbrechen nach unten, zum Beispiel in Richtung 183 US-Dollar, die Short-Position aufbauen will in Richtung 174 US-Dollar mindestens, eher sogar in Richtung 155 US-Dollar, mit dem Stop-Loss dann in dem Fall in Richtung knapp 190 US-Dollar. Das heißt also diese Short-Position hier können wir aufbauen, das würde auch ganz gut aussehen. Wenn wir übrigens die Long-Position hier dann machen könnten oder wenn das dann eintrifft, wie auch über die 220 kommen, dann kann es auch relativ fix in Richtung knapp 240 gehen. Hier haben wir so einen kleinen Bereich zwischen 237 und 245, der einen ganz guten Widerstand leisten könnte. Darüber wäre es dann auch interessant, natürlich in Richtung 92, das ist aber noch wirklich relativ weit weg. Deswegen braucht man da, denke ich mal, jetzt noch nicht drüber sprechen. Das also einmal zu Meta. AMD genauso natürlich wie Meta, jetzt ist halt die Berichtssaison, kommen auch bald Quartalszahlen. Hier können wir jetzt aber auch nochmal vor allen Dingen sehen, wir hatten ja schon darüber gesprochen, Short-Position eventuell mal hier unter den 93 US-Dollar aufzubauen, finde ich, ist jetzt natürlich mittlerweile etwas uninteressant, weil wir etwas zu weit unten sind. Was jetzt hier wirklich interessant wäre, wäre auch unter 81 US-Dollar in Richtung knapp 74 US-Dollar, dann mit einem Stop-Loss hier über dieser Unterstützung und genau das ist so das Problem. Wir könnten jetzt hier natürlich weiterfallen, wir haben eben eine Unterstützungszone zwischen 82 und 84 US-Dollar. Die könnte doch durchaus sehr stark unterstützen, wenn wir da drunter fallen, halt Short-Position aufbauen, da drüber den Stop-Loss, aber jetzt direkt noch eine Short-Position finde ich jetzt nicht wirklich interessant. Dafür ist es zu viel Unterstützung unter uns. Was man vielleicht machen könnte, was interessant aussehen könnte, wäre nur in Richtung knapp 87 US-Dollar, wenn wir dann hier also fallen und dann den Abpraller nutzen, falls es denn einen Abpraller gibt in Richtung dieser 97 US-Dollar Stop-Loss, dann da drunter als Beispiel in Richtung 96 US-Dollar und dann erstmal darauf spekulieren, dass wir wieder in Richtung 94 US-Dollar kommen. Längerfristig interessant wäre natürlich der Bruch aus diesem Abwärtstrend. Es ist egal, ob es der 27. Juni bei 104 US-Dollar ist, ob es jetzt vielleicht näher dran der 18. Mai bei 114 US-Dollar ist oder ob es dann halt tatsächlich erst am zum Beispiel 10. August knapp 95 US-Dollar sind. Das wäre interessant für eine längerfristige Position, wie ich zumindest finde, oder natürlich auch für eine kurzfristige Long-Position in dem Fall. Als nächstes kommen wir nochmal kurz zu Nvidia. Da haben wir letztens schon drüber gesprochen, sind etwas unter Druck gekommen, weil auch Analysten davon ausgehen, dass es vielleicht jetzt gar nicht mehr so ein starkes Wachstum gibt, wie man am Anfang erwartet hatte. Jetzt natürlich auch gestern, wie gesagt, nochmal der ganz, ganz schwere Markt und wir sind mittlerweile auch unter diese Unterstützungszone gekommen, unter diese 205 US-Dollar, mittlerweile natürlich bei 201 US-Dollar. Ich nehme das mal ganz kurz raus. Sollte es jetzt hier weitergehen, dann wäre es doch durchaus auch realistisch, dass wir in Richtung 195, eventuell dann sogar hier auch in Richtung 180 US-Dollar kommen. Das ist jetzt eher eine leichtere Unterstützung, deswegen da könnte man doch durchaus vielleicht unterdurchrutschen. Deswegen auch gerade der gelbe Fall schon hier aber jetzt einmal erklärt. Das heißt also, interessant wäre vielleicht entweder der Ausbruch nach unten hier in Richtung 194 mit dem Stop-Loss, dann bei knapp 197 US-Dollar mit dem Ziel halt in Richtung 180 US-Dollar oder eventuell für alle, die etwas mehr in Richtung Long sind, beziehungsweise eher davon ausgehen, dass das Ganze wieder dreht, Bullish sind, vielleicht hier der Ausbruch über die 210 US-Dollar wieder, denn dann hätten wir hier wieder Platz frei in Richtung 230 US-Dollar. Das kann dann auch relativ fix gehen. Stop-Loss in dem Fall unter den beiden Widerständen, also zum Beispiel in Richtung 205 US-Dollar. Das würde also ebenfalls gut aussehen und ich würde sagen, das war es auch mit dem Video. Es würde uns freuen, wenn ihr vielleicht im nächsten Video wieder einschaltet, die Glocke drückt, einmal liked oder was kommentiert, wenn ihr Fragen habt und sonst was. Dementsprechend danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao.